Moin Leute, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu Titanfall 2. Jawohl, so soll es sein. So schaut es aus. Eigentlich wollte ich ja Grenzhandverteidigung machen, aber dann habe ich gesehen, dass jetzt die Happy Hower läuft. Also das Haze, es ist kurz nach 17 Uhr. Bis 18 Uhr läuft die und da habe ich mich kurzerhand anders entschieden. Kopfgeldjagd auf Kriegsspiele, einer mit der neuen Karten. Kopfgeldjagd, wisst ihr Bescheid, wir müssen feindliche Ziele eliminieren. Genau, nämlich die dort, das mag ja noch gehen am Anfang, aber dann wird es ziemlich harte. Aber trotzdem haben wir hier Piloten mit überall. Und deshalb müssen wir schon eben schön aufpassen, dass die uns nicht holen, die Schweine. Ah, hier war einer. Warms! Oh Gott. Was ist los? Irgendein anderer... Was ist denn hier? Ja, redet mal einer rein. Wartet mal. wie wie stumm schalten gleich stumm schalten was ist das jetzt? ne das ist ja eh noch halt geht ja los ok jetzt gehts los ich kann das nicht mehr leiden wenn die hier rein quatschen so jetzt haben wir wertvolle zeit verloren das waren übrigens keine piloten die mich jetzt umgehauen haben sondern das waren normaler wow oh der holopilot war das unter mir ist er noch ich weiß ah man ey da könnte ich platzen jetzt fängt schon wieder an hier da könnte ich explodieren und platzen gleichzeitig so naja probieren wir es nochmal weg weg mit dem oh ne 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 leute ey komm habt ihr es gesehen ich hase das wenn die leute lecken ich hase es ne weil ich es ne mag dass die dass ich ähm dann sauber im gesicht hab ne weil die dann einfach so langsam sind da hier das ging ne aber vor uns dann da hängen die dann so und das ist einfach nur übelst unfair weil ich treff die nicht ich bin voll raus ey ich hab überhaupt keine ahnung von dem game ich glaube heute ist einfach nicht mein tag aber komm schon ne oder ist der kunde weggesprungen dass er wieder kommt ne naja es hat keinen sinn ich kann einfach nur warten bei zwei dollar und so ja genau wie ist denn das passiert schießt da eine granate irgendwo hin ey was ist denn da los sag mal ich hab gerade das mal angefangen mit zocken oh was mach ich denn was nützt mir das hier gar nix hier wenn ich zu den waffen wechsel da kommt mir der andere vorteil insgesamt wenigstens war der könnte weg so gleich erstmal in gravitationsstand hingeschmissen keine ahnung ob es das bringt boah das ist ein guter tag ich hab nämlich schon scorch ausgewählt schön mit flammen und so heute auf der map macht sich das eigentlich ganz gut so so geht's schön rein was halten vorgottet und ich dachte da habe ich noch so kleiner hier sind Sprengbasen daher 2 ja oh ich habe ihn animiert was ist denn hier los also ich bin halt wirklich in dieser Richtung der titan-killer her ach ja na gut war auch nicht schlecht boah von wollten vor allen dingen ich bin ja schon sonst wo über alle berge eigentlich boah das war krank ich dachte hier ich habe diesen upgrade modus erstmal aber gab's nicht falsch hab's nicht falsch hab's nicht falsch gedacht naja wir nutzen den titan jetzt einfach noch ich mir jetzt irgendeine batterie hole das ist feindlich ne ich dachte ich tu meinen titan erstmal upgraden aber das war ja hier bei dem das land genau ich krieg die macke hier geht's um kohle nur bissl hier was denn das für einer weg hier was denn das für einer Mann ey auch kommen das spiel ist nicht für meine nerven weißt du unübersichtlich ich sehe hier gar nicht durch auf der map hab ich ihn davon dass ich niemals treffe hier auf der entfernung na komm ja endlich hab ich mich nicht getroffen so der war unterwegs aber was nützt es denn wenn ich dir die ganze kohle ernte und dann kommt hier irgendeine pfeife und legt mich um und klaut die ganze kohle wieder wow hör mal oh dort er wo ist er denn du haust mich jetzt nie um du haust mich jetzt nie um gut hättest du dir auch nie geraten da wär ich nämlich richtig sauer geworden ich mach so oh ja na genau genau da kommt wieder ein anderer ne es geht nicht ich brauche Maschinenpistole hier man leute muss das sein ja hau mir noch einer rein ich höre gleich wieder aufzuspielen hier ach ne ach ne das er noch hört hier ey dann ne es ist doch auch nervig oder ach so Bonus hochladen siehste ich krieg ja gar nichts mit heute es ist einfach ne mein Tag ich mein jetzt immer leicht gesagt ne was soll ich denn hier 50 dollar hochladen naja halt mal sehen ob es das bringt so komm her du schisser hä was auf jeden Fall ist er noch umgehauen hier die kleine Schwuppe ey kann ja wahr sein ja verrückter aber zu Glück hat das nicht gecheckt ich verstehe ja das war Glück jetzt läufts endlich jetzt bin ich langsam warm kaputt kann ja wahr sein ey das war ein schlechter Start ja das kannst du reaktivieren weil jetzt bin ich nämlich da und jetzt kannst du abgehen no ach da steht auch gut dort das noch ah die steht beide gut hau mir hin noch so passt das hin jetzt will noch ein anderer was von mir hier das nervt naja ich bin schon dabei was muss das verändern oh was hab ich jetzt aktiviert hier weg damit was sind das ein Ionen ne Feini wo ist er Wumms und tschüss und weg hab ich den gar nicht getroffen komm schon komm schon komm schon ja weil es andere würden meine auf die Aushalte wenn sie sitzen er schon spieler gewesen wäre ja ich bin da schon unterwegs meine Plottschauer überweisen komm her du ach es war wiederholer Pilot ne auch die Vorschläge gut das logisch nicht so naja sieht ja noch nie ganz so schlecht aus vielleicht schaffen wir es mal gucken ob hier einer kommt ja ist ja egal die Map die ist aber also die Map finde ich echt schwierig jetzt kommt der kleine Titan runter oder ganz schön hättestes Vieh ha der ist gleich wieder weg oh wir haben noch ein geschützt wo ist jetzt schon das hin ne komm oh nein ja haut drauf alter ne und dann zeigen die mir noch sowas und da soll man normal bei dem Spiel bleiben obwohl das sagt ja keiner so Mann das ist doch aber auch echte Härte oder was sagt ihr dazu und dann kann ich auch nicht mal gestreffen ist wie schwer es dann ist hier vielleicht zwei Spiel für mich mal dann ist es vielleicht zwei Spiel Jo aber was aber sowas von bereit das Ding Jo danke man ah hier werden wir kämpfen ach das zieht mir noch Leben ab ok na wo ist er oder wir machen Autopilot fertig was echt jetzt oh ho 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 Frank ein ist immer daneben ja komm ruhig her komm ruhig her ups Salah ja aber ich habe schon so viel für die gehabt aber vielleicht dreißen 1 2 mit ja ups diese Ions sind wie das stimmt mein Guter 200 Dollar auf der Gucke die müssen weggebracht werden ich habe bloß ein schlechtes Gefühl dabei da bin ich nicht jetzt komm ich ja irgendwo lang das ist einer so da wollen wir mal gucken was da los ist können wir uns mal hier reinschleichen oh yes ja das sieht wirklich gut aus hätte ich überhaupt nicht gedacht weil ich mit hier im Team bin und das ist auch noch ein Gewinner Team ein Titan ach auch wieder bei mir ich habe aber auch einen Lack können wir gleich drauf fahren ok los Scorch vorsicht ok oh ne schön daneben geschossen so das muss ich auch noch schau drauf das Ding ist das ist mir zu nah los zieh sie raus Digga yeah und jetzt mein Titan Proff wenn das passen würde wäre das nicht gut Aua Aua das war ja heiß Yo so zieh durch Digga hau den um nicht schlecht so wartet mal hier war eine Batterie nehm ich mir gleich mit jetzt werden wir den Leuten erstmal nochmal ordentlich einheimseln und nämlich verhindern dass die evakuiert werden die können sich auch ruhig ähm sammeln und hier reinspringen wenn die wollen wir müssen bloß das Ding hier zerstören und unser Team hat vier Titans und irgendwo hat es nur zwei feindliche Titans so na dann Elektrorauch aktiviert und truff so das ist gut das Ding sei jetzt schon gleich schrott ha das ist fast drauf gehauen wäre natürlich cool gewesen wenn ich hier wo ams yeah cool so wo ist denn da irgendwo einer? dort ist er eher süßer oh was willst denn du von mir? tja okay dritter im Team da war ich noch nicht ganz so schlecht huu heidiwei Alter das ist echt unfair hier wenn Leute dort da sind oh steckgott hab ich hier ganz schön rumgeplögt ey ich hoffe dass das nicht so zu kratzt oder übersteuert ist der Ton aber wenn du hier Leute im Team hast oder im feindlichen Teams hast du dir die hier eine schlechte Irritverbindung haben und dann leckt das oder so also das kann ich gar nicht ab dann muss ich erst mal ein Stück trinken ne jetzt kann ich ja wirklich nicht ab das ist der absolute Hass ich glaube da versteht er mich auch aber da kann man sich ja noch so anstrengen das hat auch nix mal mit Skill zu tun das ist einfach nur einfach nur richtig unfair okay Spiele suche jetzt starten ist egal wäre schön wenn es jetzt nicht schon wieder hier ach der Hamlock, ne den nehmen wir nie wäre schön wenn ähm mir jetzt nicht schon wieder Kopfgeldjagd doch ich habe alles andere reingenommen ich habe Materialschlacht, Kopfgeldjagd, Verstärter Hogpoint, Capture the Flag und Lifefire sogar Lifefire ne Mist das ist ja mein Lieblingsspielmodus sooo was gibt es denn hier noch zu tun derweilern Gruppierung nur klar sind wir bei dem noch dabei Boost haben wir hier immer noch das Geschütz eingestellt ich würde mal wieder vorschlagen wir nehmen den na Stufe 2 Stufe 3 Stufe 1 den hab ich noch nie gespielt also vielleicht eh nur zweimal nehmen wir den Monarch wieder ja wenn ich darf oh ne klitsch klitsch da haben wir also meine Lieblingskarten oh was ist denn das ich weiß gar nicht wie die alle helfen ist auf jeden Fall diese Wüste hier Forward Forward Base irgendwie Kartei oder so keine Ahnung und und erst mal in 5 halten der dort genau der oh was hab ich denn jetzt gemacht ich will ja jetzt ja ich bin schon auf weg ich muss aber erstmal hier gut Forward Base Kartei irgendwie und dann noch diese Wiese oder Kolonie ne Kolonie ne Kolonie ist übrigens schwer hier holen wir uns erstmal hier holen wir uns erstmal zumindest hab ich schon mit dabei getrunken na B ist halt mitten in der in der Luft in der Luft Digga da holen wir uns B was solls müssen wir halt hoffen dass wir überleben irgendwie A ist fast der B erobert weil die sind halt überall ne da müssen wir echt aufpassen A so A haben wir B brauchen wir noch C C wär oh gut mein Schutzschild das liegt unten wenn ihr euch wundert dass ich gerade äh rum oh ja komm ey ne ich sniper jetzt es ist mir egal ich bin da gut im Snipern er ist gut nur so geht schon los ja komm Alter oh was war denn das was was fliegt denn das an der Rucksackbombe ok aber so knapp ich habe fast getroffen umkämpft umkämpft oh komm weg hier weg 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 nein oh mann storm wieder wechseln schnell Mist ich bin doch nie so der Sniper Künstler war ich jetzt aber ein bisschen überrascht ne ich wollte aber eigentlich auf den Fernung gehen so den Typen hab ich direkt getroffen voll in die Pfeife rein ja meine aber sowas von in die Pfeife ey das muss ich weh getan haben na wo war er du zerstörst nimm meinen geschützt jetzt da oben guckt einer rum guckt da einer müsste zumindest ne B ist genau in der Mitte und auch gut dass wir einen Titan haben da gehen wir jetzt rein ja das gehört und ich glaube nie dass sie lügt das war schön nachlauten genau und dann wieder voll der U-Z-Troff voll der U-Z-Troff voll der U-Z-Troff hauen hier oh das war ein schöner Titan Kill so da rücken wir mal vor und holen uns den nächsten Punkt erobern weh nein ui ja ich hab's gemerkt da kommt noch immer näher der Sack echt zu viel was wir ja nicht wo Rauch reinhauen da muss er nämlich den auch erstmal durch bop 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 so der ist totgeweiht und da hören wir uns mal kleine Batterien noch wow krank okay was haben wir jetzt eigentlich schade und tschüss ich muss raus es ist echt schade der warstufe 2 vielleicht trifft die Rakete noch ho ho ne was macht denn das oh Gott ey so was ist denn das so für ein hat er eine Schrotchen mit der Titan da wär das doch eigentlich was für mich oh ne gegen einen Titan geschossen oh jetzt hört das hier auch noch auf das wär voll der mega Glück gewesen wenn ich dort mitten im Renn wenn ich mitten in äh im im Move dort wenn ich mitten im Move ffff ne ihr wisst schon die Rakete schaut helle oooh in die Richtung hab ich noch nie geguckt wow das ist echt ein harter Kampf aber es ist noch nicht verloren also es geht noch aber die sind ja überall ne weil D ich meine B ist ja genau in der Mitte oh jetzt weiß ich mich wahrscheinlich kurz selber bissl oh der schießt mich dort auch noch runter das müsst ihr euch mal angucken hier da trifft er auch noch ich weiß nicht was das für Bros sind 1 1 1 verstärkt Herr Overdien das ist ein Auto Titan oh mein der hat es zum Glück noch nie gesehen dass er dem Geschütz steht Sie liegen knapp in Führung der würde ich vorschlagen hin oh genau ne oh der hat eine Schrotflinte in den Sack hier tu den nach oben das klappt der sterben ihr müsst alle sterben oh man ey bin ich echt so schlecht bin ich so schlecht in dem Game ehrlich jetzt ich spiel das denn nicht damit wir verlieren oh genau ich schieß fünf sechsmal hier den Typen an und der stirbt nicht ich seh ihn nicht wo ist er als sind wir alle ey das ist aber schon manchmal ein bisschen unfair hier der Feind hat C verstärkt der Overdien A ist verstärkt gute Arbeit das sind ist nicht so viel Punkteunterschied ne der Oberdien guck schon komm schon den hab ich getroffen hab ich gemacht ja müsste gleich runterkommen ah dort hinten naja das ist nicht schlimm da können wir schon in den Typen ihr verstärkt dabei den Hardpoint wir haben uns ja gleich wieder eingeholt oh ich mich aufpassen jetzt nehme ich eine Brücke der ist mir runterfallen kannst du mich mal durchlassen bitte zusammenschrafen wir sie und nebenbei nehmen wir noch den Hardpoint ein das ist cool so der war weg den hauen wir weg den hauen wir weg den hol ich mir oh das hat weh komm her Digga oh man jetzt nicht viel weg hier ah ah uh das war krass aber wir haben es geschafft gibt es hier irgendwie Stress? soll ich irgendwie helfen? ne alles gut ok wir haben alle Hardpoints das sieht gut aus ah wenn ich eben mal loslege dann gewinnen wir auch wisst ihr ha ha ah nein ich weniger aber ich freue mich natürlich dass wir gewonnen haben aber ich will nicht sterben ich will noch ein bisschen mitmachen ach was habe ich denn hier für eine Waffe ein Magnetkanatwerfer sag mal was spiele ich denn eigentlich was habe ich denn hier für eine Waffe ach ich bin ja hier ich bin ja hier ganz schnell kann ich jetzt noch meinen Layout ändern? ne ne mein Magnetkanatwerfer ich bin ehrlich ich habe damit keine Ahnung umzugehen ich probiere es einfach mal dort oben oh den treffe ich nie im Leben nie im Leben ja ich weiß auch naja gut hinten treffe ich los ah cool ich war es nie aber schön zu sehen dass es explodiert ist mit der Schrott finde ne alles klar das war ja wieder ein aufregendes Spiel ey meine Nachbarn wissen wieder Bescheid die könnte ich sie auch bald angucken auf YouTube da wissen sie warum ich herumgeblickt habe ja das ist immer echt nerven aufreibend V-Mauer haben wir schon längst freigespielt ich trinke noch einen Schluck Leute das habe ich so viel erzählt hier AHHHHH hab ich so viel erzählt mein Kälbkopf der ist ganz trocken das ist die die das wehr die 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 einen neuen banner freigeschalten spiel so wird beendet gucken erst mal in ruhe wir haben erhöhte munitionskapazität oder schneller wechsel zum zielen über die visierung was jetzt meistens die frage kommt weil ich habe sowieso kein visier drinnen und mit der tun wir eigentlich auch kaum anvisieren also das müssen wir da schon viele groß anvisieren das ist neue banner das nehmen wir aber nicht würde ich vorschlagen das ist jetzt nicht so schön und ja würde ich sagen ich danke euch fürs zuschauen wenn euch das video gefallen hat lasten daumen da entdecken nach oben natürlich noch sonst könnt ihr gerne meinen kanal abonnieren für weitere videos ist nicht verpasst ich wünsche euch noch einen wundervollen tag und bis zum nächsten mal tschüssi bis zum nächsten mal tschüss